Musik 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 Mein Name ist Veda. Ich mache eine Ausbildung zur Zersparnungsmechanikerin Fachrichtung Drehmaschinensysteme. Und das hier ist mein Arbeitsplatz. Und das hier ist echt cool. Musik Das soll cool sein. Musik Das hier ist cool. Musik 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 Ich bin der zweiten Lehrer und ich hoffe, dass ich noch viel an dieser Maschine lernen kann. Ich darf auch schon selber Programme schreiben, selber bedienen. Ich habe zwar immer nochmal drüber geguckt, aber im Großen und Ganzen kann ich es auch schon alleine bedienen. Und das macht mir auch ordentlich Spaß und ist richtig cool. Musik Ich habe die Stellenangabe hier bei TZT über die Internet Homepage gefunden. Dann habe ich hier einfach mal angerufen und nachgefragt. Und dann hatte ich auch schon direkt ein Vorstellungsgespräch. Als ich meinen Freunden davon erzählt habe, dass ich meinen Freunden davon erzählt habe, dass die Ausbildungsvergütung ganz schön hoch ist und ich auch 30 Urlaubstage habe im ganzen Jahr waren die schon echt beeindruckt. Der Brutolohn im ersten Lehrjahr liegt bei knapp 900 Euro. Und als ich das dann meinen Freunden erzählt habe, war der Job auf einmal cool. Das Arbeitsklima hier bei TZT ist echt cool. Es kommen auch keine dummen Sprüche von irgendjemandem, dass ich hier als Frau nichts leisten könnte. Und die Aufstiegsmöglichkeiten hier bei TZT sind auch echt klasse. Musik Ich wollte wohl den Meister machen. Eventuell halt erstmal gucken, wie ich mich da jetzt weiterhin schlage. Das Fundament für meine Zukunft wird hier gelegt bei TZT. Musik Und wie lange willst du noch warten? Mein cooles Leben mit TZT Musik 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 Musik